solche Bögen gehabt er hat es fünf solche Bögen haben dann gehen das erst mal zurück damit die ich mir Heilung wieder kaufen kann dort erst mal noch so einen Teil damit ich mir selber einen Bogen kaufen kann wo auch fast in Lava geflogen für was braucht man Schmarrack am Ende darf man vielleicht sogar Creative Vault gehen bei der Jukebox steht wenn die Idee abgefackelt ist oder so ein Scheiß darfst du Creative gehen und das selber machen oder noch 10 bekommen ist es gefährlich was sie da macht es ist das so ein Länges den anderen Abwenden kaufen wir jetzt machen wie wir ein Lauf Morale Komm, komm, komm Scheiße, im Führer kann man nur mit dem Teil angreifen Okay, Daniel, ich brauche das nächste Heilige Wasser Heilige Wasser! Oh, voll daneben Das brauche ich Ich habe es gerade geschmissen, was ich noch von vorher hatte Oh Das nächste müsste eigentlich längst zu drüben liegen Huhuhuhu Komm, ich glaberschlank, diese Wichser Das haben sie auch geschafft Komm, ich will noch wenigstens noch zwei solche Bogen Ich will Ich habe auch Ich habe nur einen von den Bogen All dieser Boss ist so mies, man Schon, gell? Ich glaube, wir verbringen schon drei Stunden damit Nur noch zu welchen Bogenzugriff So, ich habe nochmal zwei Alter Holy Water! Holy Water! Holy Water! Holy Water! Holy Water! Hinter dir, du Idiot! Ich will es versuchen, Holy Water gegen Bruder zu spüren Sicherlich Äh, habe ich schon probiert, das geht nicht zu hoch Das ist ein Wurfdrang Schaden 2 Das ist ein Wurfdrang Schaden 2 Also, ich habe ihn getroffen, aber das ist nicht Da steht es auch drauf, das ist nur Ohne Scheiße, das zieht ihm wirklich gar nichts mehr Ich finde dieses Viech so mies, man Ich gehe grad relativ wohl mit TNT, ey Alter, fick dich, nein Das machen wir auch nicht Das machen wir nicht Das ist das erste Mal, dass ich den Wolverking in Survival-Modus töte Ich habe drei Bögen Ich brauche nur einen Ich habe nur einen Oh mein Gott! Boah, hinter dir! Holy Water! Holy Water! Bam! Geh mal weg, ich brauche Holy Water Ja, brauche ich auch Boah, ich habe den einen mit der Faust umgebracht, Junge Bam, 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 bam Jetzt habe ich nur noch einen Wurfdrang der Heilung Scheiße Wer weint, ne Oh, heute schieß ich irgendwie krässlich Oh, was ist es, der BAM! Bad moment, floh du Klaus mir mal meine Tränen Das ist mal was ich, gell Dieser Bruder soll jetzt sterben, ey Weißt du was? Wir schießen alle, wir schießen alle drei gleichzeitig auf ihn, okay? Er hat mich in Lapp, stellen wir uns irgendwo hin und zum Bisschen an Wir schießen alle drei Wir schießen alle drei Wie soll es nicht mehr ein? Schieß um sie herum, oder wie? Wir schießen alle drei Wir schießen einfach alle auf der Treppe beim Amt Wie so schön, diese Texte Das verdeckt in Lava Oh mein Gott, der spawnt Na ganz toll, der Server wird abstürzen Oder nur Skype Oder doch nicht Wieso hast du die Befürchtung, dass irgendwas abstürzt? Hier sind zu viele Viecher Ja, da ist einiges Wasser Mist, ich habe scheinige Wasser Alter, schieß mal einfach gegen den Schau mal, wo ich stehe, gell Ich habe drei Bögen Gib mir mal einen Damit wir beide zwei haben Oder warte ich von mir gleich selber mein zweiter, wenn ich noch einen Töter Hast noch ein und eine Träne übrig? Gib mir mal eine Ich habe noch fünf Und dann habe ich zwei bei solchen Bögen Nein, nicht! Ich krieg eine Krise! Warte, wo bist du denn, David? Alter, wie viele Bögen hast du, Daniel? Wieso hast du null? Null Weil ich den einen schon verbraucht habe letztens Holy Water, come on! Ah, nicht zu mir locken, du Idiot! Wuh! Jo Hast du ihn? Nein, ich habe noch keinen Ich habe zwei Nicht meinen, David Ich gucke euch zu und jetzt sind es schon fünf Ich habe drei Dann kille ich sie alle mit meinen Holy Water Hol den Bogen zurecht Okay, komm, auf drei schießen wir auf den, okay? Eins Zwei Okay Drei 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 Wir kommen nicht mehr zu Mann, das ist doch verrecken, ey Der verreckt nicht, weil der auf drei Spieler eingestellt ist Und ich kriege den nicht mal auf drei Spieler Ach doch, ich habe nur einen Bogen Warte, ich brauche Holy Water Ja, lass ihn mal ablenken Ey, ich habe jeden Schuss getroffen Ich habe auch jeden Schuss getroffen, mein Gott Ich kann grad nicht treffen Ich kann grad nicht treffen, weil Boah, Leute, ich brauche Holy Water Nein Lol, da war noch ein Schuss drauf und ich habe ihn ausgesehen verschossen Nein Ich wollte helfen Hilfen David mit Holy Water Alter Alter, wir brauchen noch mehr Holy Water Holy Water Wir brauchen insgesamt vier Bögen Vier Bögen Ja Insgesamt, oder? Ja Ja, seht's hier Aber jeder braucht fünf Bögen Und ich krieg gleich drei zusammen Scheiße, wo ist Hä? Lol 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 Wir wissen, ey, wir haben gewonnen Hä? Was denn? Ohne Scheiße, wir haben wirklich gewonnen Warum? Ich habe so einen Hero, also so einen Bogen bekommen Ich habe so einen Bogen mit Unendlichkeit Warum? Es gibt überall Bögen mit Unendlichkeit Das war aber dieser Bogen mit 213 Damage Dingens Schau mal, jeder in sein Inventar Ist das eigentlich so ein Bogen mit Unendlichkeit? Ja Ja, meiner, aber das ist Neujahr Ich hatte gar so einen Bogen mit Unendlichkeit Aber ich bin gewundert Alter, nee, nicht Alter Nein, nein, nein Der war hier nämlich gestorben Ich wollte einmal schießen, dann war er weg Der war ja nicht unendlich Nee, das ist der Fehler, wenn man dreimal geschossen hat Dann steht da, als wäre er noch nicht einmal kaputt Genau das, ach so, ja, das ist bei mir auch gewesen vorher Der ist immer Ich dachte, wir haben schon, wir sind gerettet und können die Aufnahme beenden, ja Aber nein, ich habe mich doch gerettet Alter, okay, kloppt mir einfach nur die Skelette Komm, wir sind hier Tränen Alles, kein Problem Alles, kein Problem Schon langsam reicht's mir mit diesen Scheißviechern Ja Ich hoffe, der Creeper dann schnell wird Dann let's playen, wird dann nicht so... Scheiße, du hast genau mein Holy Water vor der Nase weggekommen Ich wäre dann... Eher... Wuppt die Heilung! Scheiße, ich habe mich... Bevor ich gestorben bin, wollte ich mich heilen Oh, ja Ich wäre dann nachher eher für eine Jump'n'Run-Map Wirst du mich verarschen? Das ist eine Jump'n'Run-Map Ja, okay, dann... Aber nach der Jump'n'Run-Map mache ich... Machen wir dann das, was mir gefällt, okay? Die Bosse sind ein bisschen überpowered, ey Nein, nein Naja Nein, nein, es geht nur um ein Creeper-Dungeon, mehr nicht Auch wieder von demselben Hersteller, aber nur von einem Dungeon mit Creepern Und dann müssen wir nur flüchten, mehr nicht Ach du heilige Scheiß Oh, oh, oh Alter, spinnst du? Wie viel hast du mir hier gegeben? Noch zu wenig? Willst du mich verarschen? Mein ganzes Diamantschwert hat immer noch keinen Schaden vor den ganzen Viechern Wie auch ich drauf haue 12 Und wie viel habt ihr? 42, aber ich komme nicht dazu einzutauschen Ich habe 42 Ich spare jetzt auch so richtig zusammen, ey Ja Und das Praktische ist, man muss ja nur alle reintun, dann den Shift gedrückt halten Und dann kriegst du alles gesteckt, wir wissen's Ich glaube aber, ich spare auf 6 Stück und mache ihn alleine fertig, während ihr noch ein bisschen rumkammelt Achso, du zielen kannst halt das Das sagst du nicht allein, glaub mir Wir haben alle getroffen, von allen 5 Bögen Hey, ich bin zwar der beste Bogenschütze bis jetzt Halt die Klappe Bin ich zwar der beste Bogenschütze von meinem Freund, aber wenn mich die ganze Zeit irgend so ein Scheißviech angreift, kann ich nicht zielen Und das sind die hier Alter, die greifen mich schon wieder an Alter Nimmst du mir schon wieder meinen Holy Water weg, vor der Nase Ja Wir sterben ein bisschen schon auf mich Du störst richtig Ist doch wahr Mein Gott, du bist gelästern Die sind viel zu überpowered Alter Alter, ich brauch nur noch zwei dreh, ne? Und dann kommst du mit dein Scheiß overpowered Als hätt... Als hätt ich kannst eine anderen Probleme! Scheiße! Jetzt wollt ich mein Fleisch werfen Alter Dann wollte ich mein Fleisch werfen Welch Level seid ihr? 61 Das ist jemand 30 es waren vierzig boah ich hab fünf Bogen fuck man kann man die nicht snacken oder so ah ich hau ab verregg da kommt einer von der Lava und bringt mich um und du sagst die kommen aus der Lava nicht mehr raus ne tja davor so aus davor er zielten jetzt er zielte mich was mit davor also ich zieh gleich aus wegen der Lava ne eben sind diese kleinen Viecher viel nerviger ne scheiße der wird nur zum normalen Bogen sagt mir wenn ihr insgesamt fünf von diesen Bögen habt okay dann muss ich wieder raus aus diesem Dungeon alter wurde er hier immer das ist voll mies die spawnen einfach so dreckige Spawner alter mich haben sie umgebracht und in die Lava geschubst die Leiche ich tu dann einfach meinen Berserkertrank hernehmen da hab ich noch Stärke mal zwei sagst du mir wenn ihr fünf Bögen habt gell dann verlassen wir erstmal diesen Dungeon damit ich mir Heilung